Heute geht es um CSS-Shapes. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um CSS- bzw. um CSS-Formen, sogenannte Shapes. Wir werden uns also angucken, wie können wir aus einem Div-Container beispielsweise einen runden Kreis machen oder ein Dreieck oder ganz verrückte Formen wie ein Stern. Das Ganze ist nicht wirklich schwer und richtet sich eher an Anfänger. Das heißt, ihr braucht nicht wirklich Vorkenntnisse für dieses Video und wir werden uns einfach ein bisschen beschäftigen, wie wir diese Problematik lösen können. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, wie immer ganz oben in der Videobeschreibung links zu Discord. Da könnt ihr einfach mit der Community joinen, Hallo sagen, neue Leute kennenlernen oder einfach, wie gesagt, anderen auch mal helfen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So und los geht's mit einer kurzen Erklärung zu meiner Entwicklungsumgebung. Wie immer seht ihr hier Visual Studio Code hier an der Seite Chrome und hier habe ich schon ein paar Klassen hinzugefügt in unserer Index-HTML. Das sind nämlich die fünf Formen, die wir heute bauen werden. Hier an der Seite findet ihr meine Standard-Entwicklungsumgebung. Wenn ihr nicht wisst, was genau SAS ist, wie das funktioniert, wie das alles hier eingebunden ist und in der Videobeschreibung ist das verlinkt, da könnt ihr einfach nachgucken. Ansonsten findet ihr auch eine Zusammenfassung meines gesamten Codes und in der Videobeschreibung verlinkt auf CodePen. Und ja, jetzt legen wir einfach mal direkt los mit der ersten Form, nämlich dem Kreis. So, wie gerade angekündigt, legen wir jetzt los mit unserem Kreis und das Ganze ist ziemlich simpel. Wir kopieren uns diese Klasse hier raus, sagen hier, okay, wir wollen diese Klasse jetzt stylen. Im Anschluss sagen wir hier, wir haben eine Weite, in unserem Fall sagen wir einfach mal, das sind 10 RAM, dann haben wir eine Höhe, das sind ebenfalls 10 RAM und wir haben eine Background minus Color, eine Hintergrundfarbe. Diese definiere ich mit meinem Orangeton, also mit Prime, speichere das Ganze ab und jetzt haben wir hier wunderbar ein Viergeck generiert und im Anschluss können wir hingehen und sagen hier Border minus Radius 50%, speichern das Ganze ab und wir haben einen Kreis generiert. Das Ganze war ziemlich simpel und wir können das natürlich auch zu einem Oval machen, wenn wir beispielsweise die Weite größer machen als die Höhe und wie gesagt, das ist ziemlich simpel, ziemlich basic und sollte jeder von euch schon mal gemacht haben. Wir haben das im Rahmen dieses YouTube-Channels schon auf diversen Videos, auf diversen Projekten angewandt und wie gesagt, ist ziemlich cool, ziemlich einfach. Jetzt gucken wir uns mal an, was die nächste Form ist und zwar ein Dreieck. So, um ein Dreieck zu gestalten, kopieren wir uns auch diese Klasse, gehen hier wieder rein, löschen das einmal raus, sagen, wir wollen jetzt ein Dreieck stylen. Das Ganze, wie gesagt, nicht wirklich schwer. Als nächstes sagen wir hier als erstes Border minus und jetzt kommt nämlich Left, was heißt, wir sagen als erstes mal die linke Border, sagen hier 5 Rem, Solid und ganz wichtig Transparent. Transparent. So, speichern das Ganze ab, man sieht erstmal nichts, also der Kreis ist weg, aber sonst sieht man nichts. Diese Zeile hier kopieren wir uns jetzt einmal und sagen hier statt Left, Right, lassen aber den Rest so, wie es auch da der Fall ist. Das kopieren wir uns nochmal und noch ein viertes Mal, sagen hier, wir wollen jetzt hier oben Bottom gestalten und Bottom wird nicht 5 Rem, sondern 10 Rem, wird auch Solid und hier sagen wir jetzt aber Prime und das können wir erstmal noch kurz weglassen, das brauchen wir erst gleich. Wenn wir das nämlich jetzt abspeichern, haben wir ein Dreieck generiert. Das Schöne ist, wir können das jetzt beliebig verändern, was heißt, wenn wir jetzt als Beispiel sagen, wir haben jetzt diese beiden, ja, ist im Prinzip 10 hoch, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen, das ist nur 8, dann schrumpft das so ein bisschen zusammen und wird ein bisschen gleichförmiger. Wenn wir das auf 5 machen, sieht es ein bisschen sehr gestaucht aus. Hier muss man einfach ein bisschen angucken, wie das sich verhält und jetzt kann man natürlich überlegen, okay, wir haben jetzt ein Dreieck gemacht, was nach oben steht. Wir können uns das Ganze hier aber auch einfach kopieren, kurz auskommentieren, hier unten einfügen und jetzt hier zum Beispiel einfach statt Bottom Top reinschreiben und dann haben wir das einmal gedreht. Und so funktioniert das für alle Richtungen, was heißt, ihr könnt das auch an der Ecke ausrichten, ihr könnt das nach links, nach rechts, also ihr könnt es mit diesen vier Border-Attributen quasi immer ausrichten, indem ihr zwei Border habt auf der gegenüberliegenden Seite quasi, die eine Weite haben, also eine dicke, solid und transparent sind und hier unten eine Weite, die nach unten gerichtet ist. Was wichtig ist, wenn ihr einen Dreieck stylt und hier eine Background-Color vergebt, also eure Form, eine Background-Color, wie zum Beispiel jetzt Red hat, dann seht ihr, was passiert. Was heißt, das eigentliche Objekt ist viel größer als das, was ihr hier seht. Was heißt, wenn ihr das zum Beispiel klickbar machen wollt, ist das keine gute Überlegung, weil auch dieser Bereich hier an der Seite klickbar ist. Und was heißt, der User kann auf Elemente klicken, die er gar nicht sieht. Wenn ihr wirklich nur das Dreieck zum Beispiel klickbar machen wollt, dann empfehle ich SVG-Grafiken. Wenn ihr aber zum Beispiel einfach nur einen kleinen Pfeil in einem Button haben wollt oder sowas als Effekt, dann ist das super und dann kann man das sehr schön anwenden. So, die nächste Form, die wir uns angucken, ist eine Raute. Dazu kopieren wir uns auch wieder diese Klasse, fügen hier unsere Raute ein. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen, okay, wir haben eine Weite mit 0, eine Höhe mit 0, sagen hier Border, 5rem, Solid, Transparent. Das nächste, was wir machen, ist Border minus Bottom, sagen wir 7rem, das ist quasi die Länge der Spitze der Raute, Solid, Prime, Position, Relative, weil wir gleich ein After-Element positionieren müssen. Also das wollen wir anhand unserer Raute-Klasse ausrichten und sagen hier Top und dann minus 5rem. Das Ganze speichere ich jetzt ab und ihr seht, wir haben jetzt hier einfach ein Dreieck erschaffen, so wie wir es gerade auch gemacht haben. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, wie gesagt, ein After-Element erzeugen. After, zack, und sagen jetzt hier Content. Als erstes mal, das ist leer. So, was heißt, wir haben nichts in unserem After-Element drin. Das nächste, was wir haben, wir positionieren es mit Absolute, sagen, okay, wir wollen es nach links ein bisschen ausrichten, sagen minus 5rem. Außerdem wollen wir es nach oben ziehen, dafür sagen wir 7rem. Also quasi der Abstand von oben soll 7rem sein. Dann sagen wir auch hier Weite 0, was heißt, wir schaffen uns einfach jetzt quasi ein zweites Dreieck, so wie wir es vorhin auch schon mit den Dreiecken gemacht haben, und sagen Höhe, Weite 0. Und hier sagen wir dann auch Border 5rem Solid Transparent und im Anschluss Border minus Top 7rem Solid und hier Prime. Das Ganze speichern wir jetzt ab und haben uns quasi hier unten jetzt das zweite Dreieck geholt. Wichtig ist, wenn ihr ein CSS-Attribut wie Border verwendet und danach ein CSS-Attribut wie Border Bottom, dann gilt Border als erstes für alles und setzt jede Border, also Left, Bottom, Right, Top, direkt auf diese drei Attribute. Wenn ihr im Anschluss das Ganze überschreibt mit Border Bottom, dann funktioniert das. Wenn ihr diese CSS-Attribute allerdings vertauscht, seht ihr, es funktioniert nicht mehr, weil CSS von oben nach unten interpretiert wird und Border Bottom quasi Border wieder überschreibt. Andersrum überschreibt aber Border Border Bottom. So, ich sage das dreimal schnell hintereinander. Auf jeden Fall können wir uns so eine Raute erzeugen. Ist ziemlich cool. Habe ich persönlich noch nie ein Projekt gebraucht. Also ich habe es nun mal jetzt ausprobiert für dieses Tutorial. Aber ich denke, das könnte man schon irgendwo verwenden. Vor allem ist das relativ simpel zu machen, wenn man irgendwie jetzt eine Raute in einer Form braucht. So, die nächste Form, die wir haben, ist eine Sprechblase. Auch hier gehen wir wieder hier rein, kopieren uns unsere Sprechblasen-Klasse, schreiben die hier rein und das Erste, was wir machen, ist, eine Weite zu definieren. In unserem Fall sage ich einfach mal 22 Rem. Sage hier eine Höhe, da sagen wir einfach mal 15 Rem. Außerdem sage ich Background Color wieder Prime, also mein Orangeton. Jetzt haben wir hier eine Form. Das nächste, was ich mache, ist Border minus Radius. Also ich möchte runde Ecken. Sage hier zwei Rem. Jetzt haben wir ein Rechteck mit runden Ecken. Und sage auch hier Position Relative, weil wir da drin mit, ups, weil wir hier drin quasi ein neues After Element haben wollen. Und dieses After Element hat auch hier wieder Content nichts. Hat auch hier Position Absolute. Was heißt, wir wollen es absolut positionieren. Sage jetzt hier als erstes einfach mal Left 0. Was heißt, es soll an der linken Kante ausgerichtet sein. Von oben soll es 50% Abstand haben. Es soll eine Weite haben. Width von 0. Eine Höhe von 0. Jetzt kommen wir ein bisschen runter. Und das Nächste, was wir hier noch brauchen, ist eine Höhe von 0, eine Weite von 0. Weil wir sagen hier nämlich jetzt Transform, Translate. Und sagen hier minus 100% nach links. Was heißt, es würde jetzt quasi hier positioniert werden. Und wir würden es nicht sehen. Mit Transform ziehe ich das quasi hierhin raus. Und es positioniert sich hier mit minus 100. Außerdem sagen wir noch minus 50%. Was heißt, von der Position, die wir hier haben, die ein bisschen versetzt ist, weil wir mit Top 50% arbeiten, ziehen wir es wieder hoch, sodass es wirklich perfekt in der Mitte sitzt. Und das Nächste, was wir hier jetzt brauchen, ist quasi wieder unsere schöne Struktur mit Border Top 5. Nee, stimmt gar nicht. 1.5 Rem, Solid und Transparent. Das Ganze kopieren wir uns jetzt und sagen dasselbe auch für hier Bottom. Und das kann exakt identisch bleiben. Das können wir uns jetzt auch nochmal kopieren. Zack. Und sagen jetzt hier in unserem Fall. Ups. Write. Und unsere Write bekommt aber andere Werte, und zwar einmal 5 Rem. Und wir sagen hier, es soll auch unser Primeton haben. Und jetzt haben wir hier ein Dreieck generiert und haben eine Sprechblase. Natürlich könnt ihr das mit der Position und die unten wieder wie mit den Dreiecken wunderbar anpassen. Was heißt, wir können auch das hier drehen, können das beispielsweise sich unten in die Ecke positionieren, dass das so eine Sprechblase ist, oder für die andere Seite. Was heißt, ihr könnt so relativ simpel zum Beispiel den Diff-Container einer Nachricht in einem Chat schreiben oder sowas und gibt diesem Diff-Container oder dieser Komponenten, beispielsweise Angular oder React, einfach nur verschiedene Klassen und so richtet sich dann quasi einfach dieser kleine File hier an der Seite aus. Das ist sehr praktisch und das habe ich auch schon häufiger in solchen Anwendungen gebaut, wo man irgendwie eine Sprechblase für Nutzer-Feedback brauchte oder halt in einem Chat. So, als letztes gucken wir uns jetzt an, wie wir ein Herz steilen. Das Ganze ist auch ziemlich simpel. Wir kopieren uns wieder unsere Herzklasse und sagen auch hier jetzt als erstes Position Relative. Das heißt, wir nutzen das einfach nur wieder als Container und werden gleich mit After und Before unsere eigentliche Form bauen. Sagen hier Weite 10 Rem, sagen hier Höhe 9 Rem. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, passiert hier gar nichts. Wir haben hier zwar eine Form, die ist auch vorhanden. Wenn ich hier reingehe, sehen wir auch, okay, irgendwo hier habe ich mein Herz. Da ist das Herz. Es liegt halt hier vor, aber wir sehen es noch nicht. Und das liegt daran, dass wir hier jetzt mit After und gleichzeitig mit Before arbeiten. Was heißt, wenn ihr das so verkettet, was heißt, wenn ihr sagt After, Before, dann gelten alle Attribute, die ich jetzt hier schreibe, für beide Elemente. So müssen wir die nicht doppelt schreiben. Was heißt, wir sagen jetzt hier Position Relative beziehungsweise das ist falsch. Wir sagen hier Absolute. Soll sich hier Absolute anhand unserer Herzklasse ausrichten. Sagen hier Content ist leer bei beiden. Auch sagen wir bei beiden Left 5 Rem, Top 0. Und Weite sagen wir hier 5 Rem und Höhe sagen wir 8 Rem. Das Ganze speichern wir jetzt erstmal ab, sehen aber noch nichts. Was heißt, wir müssen jetzt hier Background Color vergeben, sagen hier Prime, was heißt, wieder mein Orangeton und sagen hier Border minus Radius, 5 Rem, 5 Rem, 0, 0. Das bedeutet, nach oben hin wollen wir eine, also die obere linke Ecke wollen wir 5 Rem, die obere rechte Ecke wollen wir 5 Rem und die unteren sollen quasi eckig bleiben. Und das, was wir jetzt machen, ist, wir müssen das jetzt noch für die einzelnen Punkte anpassen. Was heißt, wenn wir das jetzt, wir können das mal eben ausprobieren, ich lasche das mal raus, wir speichern das mal kurz ab und sehen jetzt hier, wir haben eine Form, weil diese beiden Elemente genau übereinander liegen. Und das müssen wir jetzt noch anpassen. Was heißt, wir sagen Before. Before bekommt jetzt ein Transform Rotate minus 45 Degree, speichern das Ganze ab, es wird jetzt gedreht und jetzt können wir hingehen mit Transform Origin, sagen 0 und 100%. Damit können wir ein transformiertes Element verschieben auf der X- und Y-Achse, was heißt, wir verschieben das hier um 100%. Und wenn man jetzt schon öfter mal ein bisschen was damit gemacht hat, weiß man, okay, ich muss das natürlich hier auch machen. Und als erstes sage ich hier Left, wird nämlich zu 0. Damit verschiebt sich das schon mal in die eine Richtung. Und wir kopieren uns das jetzt einfach hier runter. Zack. Und sagen hier statt Minus Plus. Und wir verschieben das nicht nur auf der Y, sondern auch auf der X-Achse und haben das jetzt wunderbar zu einem Herz gestaltet. Und so könnt ihr beispielsweise die Form für einen Like-Button oder so etwas in eurer Anwendung bauen, ohne eine SVG zu nutzen. Und ihr könnt vor allem einfach hier drin die wunderbaren CSS- beziehungsweise SAS-Variable nutzen und so was. Also das Herz habe ich für so etwas wie ein Like-Button, wie Bewertungen oder so was schon häufiger gemacht. Vor allem kann man zum Beispiel auch mit einem Diff-Container hier die Hälfte überblenden als Beispiel. Dann kann man auch so etwas machen wie dreieinhalb Herzen oder so was. Und das Ganze ist ziemlich cool, ziemlich einfach und kann man ziemlich leicht anwenden. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder so was habt, wie immer kennt ihr ja unten Twitter, Facebook, Instagram. Kommt einfach vorbei. Oder joint im Discord, wenn ihr diese Channel unterstützen wollt. Findet ihr dort aber auch Amazon Affiliate-Links oder andere Partnerseiten, wo ihr diesen Channel etwas supporten könnt. Ja, und sonst sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Viel Spaß und ciao. Bis dahin.